ISKKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Erstmal lauter machen hier... ... ...s geheet... ...s geheet... Ja hier ist die dritte Folge hintereinander auf... ...uuund... Also wieder die Feluciane am Start... wieder mit dem Stargast mir, obwohl das ja inzwischen nichts Neues mehr ist. Ganz wichtig, dass beim Gesicht rausgeht. Mh, das riecht so ein bisschen nach Spekulatius oder so. Ja, es ist das auch. Nein, das Lotus. Ich sehe es genau. Nein, das ist der. Oh, ne. Oh. Ah, das ist Spekulatius. Das ist Spekulatius. Die ganz anders kennen. Wo du bist. Der sonst wäre ein Feuer auf dem Ziel. Alter. Achtsambleiben, er ist gefährlich. Ich bitte in der Achtung. Ich bin getroffen. Sag mal. Wir haben noch ein Abo. Neue Likes. Ja, nice, Alter. Ja, ich wollte ja eigentlich hier direkt nach der letzten Aufnahme das eine Video weiterschneiden. Aber, ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach noch eine Aufnahme, aber ich habe gerade Bock. Wenn ich auch Bock habe, dann mache ich doch besser noch eine Aufnahme. Jämmerliche Pflanze. Bäh. So. Und, äh, werde ich halt jetzt nach dem Video hier, äh, das, das Video weiter bearbeiten. Also, hat er seine Vor- und Nachteile, wenn man mit seinem Boom da zusammen in einem Raum sitzt, ne? Beim Zorken. Ist irgendwie witzig, wenn man so zusammen da chillen. Andererseits ist es natürlich doof, wenn man aufnimmt. Und, äh, weil die ganze Zeit der andere irgendwie was macht, was total behindert ist. Gerade hat er wieder getippt. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Und er erzählt immer von seinem komischen YouTube-Kanal, der irgendwie gar keinen Erfolg hat. Im Vergleich zu meinem. Äh, ich habe immer noch mehr Abonnenten und habe jetzt so lange Pause gehabt und habe jetzt wieder angefangen. Ich habe hier so einen richtig populären, erfolgreichen YouTube-Kanal. Junge, bin ich der Mistgeber. Ich... Keiner hat so viele Klicks wie ich. Oh, shit. Nööö, ich wollte doch da oben noch die Holokronsen. Ich komme mir vor wie ein Jedi in den Klon kriegen, ein Mann alleine geht so 300 Gegner Oh neee Was machst du jetzt wirklich auf? Der wird nicht mehr als Jedi ausgeführt, aber ich denke, kann nicht mehr als Jedi ausführen Was ist denn das hier bitte für ein komisches Gerät? Ja, hallo, kann die Leiche mal verschwinden? Yeah, Aufstieg. Aufstieg. Neues Schlevel erreicht. Junge, was machst du da hinten schon wieder? Ja, wir sind ja alles YouTuber hier. Das ist ja YouTuber drauf. Ah, ich weiß nicht. Komm, mach, ne. Für meinen Zwei-Abonnenten-Kanal. Du hast nicht zwei Abonnenten. Ja, okay. Nee, er hat auch nicht zwei. Ich hab's auch mehr. Ich hab 89 Abonnenten. Oh, er hat 89. Wie viele hab ich? Das geht schon in die 600-Tage-Reihe. Oh, ich bin Moritz. Ich muss bei irgendwelchen Mädchen wieder angeben. Mit meinem Mini-YouTube-Kanal. Mini-YouTube-Kanal, wirklich. Ich denke irgendwie, ich wär erfolgreich und populär. Mein Name ist Moritz. Ich mach doch nur Wüste. Das ist einfach voll lustig. Junge, Alter. Du hast eigentlich Jayden. Ich bin ja irgendwie tot, oder was? Ich lade mal den letzten Speichelpunkt. Ich möchte nämlich gerne da oben auch noch die, äh... Hier, die Dinger. Das ist nämlich bestimmt Hologronzen. Hä? Was machst du eigentlich da? Bist du am Telefonieren, oder was? Ich bin ja ein Teamspieler. Ah, Teamspiel. Jo. Man muss halt immer überlegen. Ich hatte ja vor, aber... Es geht jetzt hier um schlecht auf Rails. Da hat Kaktus-Man so Probleme mehr. Ja. Kaktus-Man hat sich jetzt schon wieder beschwert bei Jayden. dass ich etwas auf YouTube über Netherfield gesagt habe. Hey, warum hat er sich beschwert? Du hast doch nichts negatives gesagt. Ja, weil ich... Ne, weil ich... Ich habe gesagt, dass mir das Angebot gemacht wird, dass ich wieder in das Ziel komme. Der weiß ja nichts davon, was das heißen soll. Der kommt ja in das Challenge Team. Tja, nicht die Missionsziele, sondern die Machtupgrade. Mach! Ich meine, jetzt habe ich mich voll geirrt. Ich dachte, da oben wären noch Monokrone, aber da waren keine. Das ist voll doof. Hier ist noch was. Machtfokus, Vitalität, Widerstandsfähigkeit, Kampfmeditation, Abwehrbeherrschung. Machtfokus, Vitalität, Kampfmeditation. Ja, Vitalität würde ich sagen. Ah, Machtfokus. Machtenergie. Okay. Ah. Damals natürlich Machtfokus. Und das? War doch nicht schlecht. Gut. Hätte ich das mal besser vorher gelesen, ne? Hätte ich das mal besser vorher gelesen, ne? Upsiii. Luftangriff? Das klingt doch gut. Ah, okay. Okay. Hier da hoch springen. Zerstöre die Geb'e! Oho! Entdeckung! Bleib bloß! Coole Effekte habe ich da gerade gemacht, nicht wahr? Ja, gerade eben. Ja, ist leider ein bisschen lang geworden, aber es ist ne Special, muss auf doppelter Geschwindigkeit gucken, sind nur 20 Minuten, das ist doch toll, freue dich doch, dass es so viel Content gibt von mir. Ja, ich musste ja das ganze Video nochmal aufnehmen, weil ja die 30 Minuten Aufnahme nicht gespeichert wurde. So, 10.000 Machtpunkte verdient. Das hat mich wieso die überhaupt immer sagen, ja man kann hier in dem Level 350.000 Machtpunkte oder so gewinnen, aber im Endeffekt. Und ich muss den Zuschauern sagen, dass ich während du gerade aufnimmst, ich eine Folge von dir. Haha, geil. Moritz guckt gerade ne Folge, also Mac Tyrem guckt gerade ne Folge von mir, während ich aufnehme. die erste dieser OP-Skin natürlich um den roten Stab. Ja, mega cool ne. Es gibt auch so schwarze davon und graue. Und blaue und rote. Das hat doch irgendwie das rot gesagt. Ja, das ist doch sehr gut. Die nächste OP-Skin hier ist. ja man ist jetzt bin ich ja Dauer bin ich. Rechts vor links. Digga, was für Kreatur. Lass nicht, wovon du sprichst, du Mann. Ist da hinten jetzt nicht auch noch was? Come on. Ich hab mal noch ein Sith-Holokron, ein Schmitz-Holokron irgendwo versteckt sein. Ach, das ist dieses Vieh, wo wir die Shakti reingeschmissen haben. Wir. Wir haben das als Team gemacht. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Das war wohl ein Zahn. Ja, ich würde ja eine kürzere Episode machen, aber leider muss ich doch hier weitermachen. Kann ich mittendrin aufschauen? Ah, ich hab eine Idee. Ich mach jetzt einfach eine kleine Unterbrechung und nehm dann noch eine auf. Ha, 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 ha. Also Leute, wenn ihr euch das Video gefallen habt, lasst einen Daumen nach oben. Guck mal, abonniert den Kanal, guckt bei McTime vorbei. Er macht jetzt wieder Train-Craft, hab ich gehört. Was? Er macht jetzt wieder Train-Craft, hab ich gehört. Nein, das ist noch nicht sicher. Ah, ist noch nicht sicher. Also irgendwas mit Minecraft macht er auf jeden Fall, wenn ihr es richtig verstanden habt. Ja, ne? Gut, ich nehme jetzt auch eine Folge auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Schaut mir da rein, abonniert den Channel, guckt die anderen Videos. Ciao.